Da haben wir ja die Weizenkammer. Schön fest und knackert. Wir arbeiten hauptsächlich mit Weizen. Mensch, lernt ihr heute viel, ne? Seit etwas über 200 Jahren gibt es hier in Marzahn eine Mühle. Ich bin nun in dieser langen Reihe der 11. Müller auf der 4. Mühle am 3. Standort. Diese Mühle hier gibt es jetzt seit knapp 24 Jahren. Sie wurde durch holländische Mühlenbauer im Auftrag des Landes Berlin errichtet. Als Teil des Ensembles Dorf Marzahn. Und hier sehen wir jetzt eben den schematischen Aufbau unserer jetzigen Mühlenausrüstung. Schrotgang, Siebmaschine, Trichter, Säcke. Hier oben haben wir die Antriebswelle, die Flügelwelle mit dem großen Kammrad, Getriebe und Bremse. Die Flügel, die eben den Motor, den Windmotor darstellen. Und so ist ja jede Maschine dieser Welt aufgebaut, ne? Motor, Getriebe, Werkzeug, hier der Schrotgang. Also hier sind wir jetzt auf dem Steinboden der Mühle, der heißt es, weil hier die größte Maschine der Mühle ist, der Schrotgang. Jetzt werden wir merken, dass bei der geringen Geschwindigkeit die Mühle anfängt zu bremsen, weil das jetzt natürlich richtig Kraft zieht, was wir hier machen. Oh Gott, jetzt verlässt uns gerade der Wind. Oder? Habe ich doch noch mal Lust. So, jetzt malen wir wieder. Jetzt gucken wir mal hier rein. Jetzt kommt hier ein bisschen Schrot. Dann merken, das sind die Stellen, wo eine Mühle dann auch staubt, ne? Wir haben immer zwei Mühlsteine. Ein Bodenstein, der fest liegt, ganz leicht, 800 Kilo. Kleines Auto. Da oben drüber sind Läufersteine. Die Geschwindigkeit, die Ohrweige, die wir nicht kommen sehen. Wusch. So im Kreis. Anderthalb Tonnen, dickes Auto vom Gewicht. Man sagt da auch schon immer, vom Gewicht her sind wir Müller steinreich. Die Steine dürfen sich beim Malen nicht berühren, denn wir hören ein ganz hässliches Geräusch. Stein auf Stein lassen wir sein, Sand im Mehl ist keine gute Sache. Wir sehen hier den Läuferstein, dessen Rücken sich dreht. Wenn wir jetzt mal hier runter gucken, gucken Sie mal hier von oben rein. Bloß nicht mit dem Kopf nach oben stoßen. Dann sehen Sie hier den schmalen Spalt zwischen Läuferstein und Bütte, das ist das Gehäuse. Da sammelt sich das Mahlgut und an der Stelle fällt es dann runter in die darunter liegende Siebmaschine. Und jetzt wird es immer mehr Mahlgut und die Maschine füllt sich allmählich damit. Hier, diese Förderschnecke sammelt jetzt das Mehl und bringt es hier raus zum Auslauf. Mal ganz praktisch, was das mehrfache Mahlen und Sieben ja eigentlich für uns bedeutet. Jetzt am Beispiel des Weizens. Da haben wir hier die Weizenkörner. Schön fest und knackhart. Erster Schrot einmal mahlen und aussieben ergibt dann Grobschrot, Weizenvollkorngrieß und Mehl. Hier ein relativ feines Mehl für unsere Zwecke. Und nochmal den Unterschied zwischen Vollkorn und Nichtvollkorn klar zu zeigen. Die Weizenmühle stellt also, das hat sich also produktionsbedingt entwickelt, zunächst den Vollkorngrieß, wie ich ihn auch mache, mit Mehlkörper, Schale und Keimlingen. Den drei Bestandteilen einer jeden Getreidesorte. So und putzt ihn dann. Da ist auch keine Chemie drin, sondern mit schnell schwingenden, durchlüfteten Siebmaschinen wird dann der schwere, mehlkörperhaltige Grieß herausgezogen. Und diesen Speisegrieß, den nehmen wir entweder für den Grießbrei, oder aber er wird weiter vermahlen für das ganz feine Mehl, eben für dieses Auszugsmehl. Man darf ja gar nicht mehr die Mühle als selbst in großem Maße agierenden, also wirtschaftlich oder netzwerkmäßig agierenden Betrieb verstehen. Die heutige Mühle, auch wenn da hieß, Schüttmühle, GmbH, Berlin oder sonst was. Das sind doch Tochterbetriebe, Produktionsstätten für global agierende Weltkonzerne. So muss man es doch sehen. Die Wertschöpfung an der Müllerei ist nämlich selbst nicht mehr allzu hoch. Dadurch, dass wir schon so lange technisiert sind. Wir sind seit über 100 Jahren das globale Wirtschaften gewöhnt. Es ist ja nicht so, dass das Mehl verkauft wird. Mehl ist nicht gut, global zu transportieren. Getreide dagegen umso mehr. Ist auch gut lagerfähig mit geringem Energieaufwand und so was. Deswegen war der Umgang mit Getreide immer schon eine gesellschaftlich hochrelevante und zuweilen brisante Sache. Politische also richtig auch. Zum anderen aber auch über die Produkte, die man aus dem Mehl dann macht. Wer auf meine Mühle kommt, ist mein Freund. Das ist so eine Grundüberzeugung, die ich mit dem Beruf teile. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal.